Musik So, da sind wir wieder zurück Und zwar mit einem ordentlichen Knall bei den Indizes Was da heute Morgen los ist Wir sehen in Asien steigende Fallzahlen vom Covid-19 Und trotzdem hauen die Märkte hier sowas von nach oben durch die Decke Es ist verrückt, aber es ist wie es ist Es ist Bewegung zurück in den Märkten Und das ist ja genau das, was hier die aktiven Trader zum Handeln auch brauchen Schauen wir uns gleich an Gestern im Research am Sonntag habe ich ja berichtet Über Gold in einer bullischen Flagge Wir sprachen über britisches Pfund, US-Dollar Und das Währungspaar Austral-Dollar, japanisches Yen Die haben wir heute natürlich auch da Und wir blicken auf den DAX Und an dieser Stelle natürlich wie immer auch die Einladung Wer mag, direkt rein hier in den Chat auf Facebook Das Zoom funktioniert heute Morgen noch nicht so Wir starten ab jetzt die Übertragung hier immer auch in Zoom Das heißt, wer da dabei sein möchte, einfach anmelden Entsprechend auf der Website von Tickmill Ich zeige das nochmal ganz kurz rüber hier An dieser Stelle Also einfach hier bei Tickmill reingehen Und dann bei Plattformen, nein bei Werkzeugen bitte Webinare Und dann haben sie hier sozusagen die täglich neuen Handelsideen Hier steht jetzt noch das oder schont das Webinar für morgen auch drin Einfach draufklicken, hier anmelden und dann geht's los Wie schon gesagt, die Übertragung startet hier ab heute in Zoom Aber es gibt hier ein paar technische Herausforderungen, die zu lösen sind Deswegen heute nur auf Facebook der Stream Morgen gibt's dann wieder den Doppelstream Dann an dieser Stelle auch einen, ja, danke für die lieben guten Morgenröße hier Auch auf Facebook Und wie schon gesagt, wenn jemand einen Wunschmarkt hat Bitte reinposten in die Chats Oder in den Chat heute Und dann gehe ich sehr, sehr gerne auch darauf ein Zuvor bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen Den Risikohinweis Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin Der kann an dieser Stelle zu Verlusten führen Und damit ein kurzer Blick in die Tagesnachrichten So wahnsinnig viele wichtige Events gibt es heute nicht Wir haben in Deutschland den Auftragseingang der Industrie Für den Monat Mai bekommen Es sieht wieder besser aus Wenn man sieht, im letzten Bericht waren es minus 26,2 Jetzt sind es 10,4 Es ist zwar weniger, als die Analysten erwartet haben Aber es ist mittlerweile verglichen zum Vormonat Doch ein deutlicher Anstieg an dieser Stelle Also man merkt so langsam, dass die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen Auch wieder dafür sorgt, dass Aufträge reinkommen Und das ist ja doch ein positives Zeichen Und das, sage ich mal, wenn das alles gut gehen kann Wenn es keine gravierende zweite Welle gibt Mit massiven Lockdown-Maßnahmen Dann könnte man hier davon ausgehen Dass es auch gen Herbst deutlich besser mit der Wirtschaft vorangeht Das ist ja auch das, was heute Morgen Von der politischen Seite in Deutschland gezeigt wird Dass da doch die Hoffnung da ist Dass sich die Wirtschaft vernünftig und auch relativ zeitnah anfängt Ordentlich zu erholen Man spricht da jetzt nicht von Ständen von vor Corona Aber von deutlichen Erholungsphasen Das Ganze müssen wir hier immer so ein bisschen mit dem Blick haben Aber das ist das, was durch die Politik immer wieder mit durchkommt 10.30 Uhr bekommen wir dann aus Großbritannien Den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe Zuvor um 39 in Deutschland Dann gibt es den Market-Einkaufsmanager-Index auch für das Bauwesen Schauen wir mal, was da so kommt Hat nur zwei Sternchen von dreien Also es wird jetzt keine gigantisch gravierenden Auswirkungen auf die Märkte haben Aus den USA nach dem Feiertagswochenende Gibt es heute Abend oder heute Nachmittag auch ein paar Nachrichten Die wichtigsten hier um 16 Uhr Da gibt es den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen Und 15.45 Uhr gibt es den Gesamtindex für den Einkaufsmanager und die Dienstleistungen Also der Nachmittag in den USA steht auch hier unter dem Fokus der Einkaufsmanager-Index Das ist der Blick hier in die wirtschaftlichen Nachrichten Die wichtigsten an dieser Stelle Ja und damit würde ich sagen, schalte ich mal direkt rüber in die Charts an dieser Stelle Und wir sehen in den Charts hier mal kurz den Blick in den S&P 500 Ja und da sehen wir, was hier los ist Bevor wir dann auch gleich in den DAX schauen Hier ist wie schon gesagt Fahnenstange hoch 10 Ja letzte Woche gab es hier die Initialzündung oben aus der Korrektur heraus Zack ist der Markt hier oben drüber geschoben Wir sehen es wohin er gegangen ist Wir hatten ja drüber gesprochen Hier oben dieses Zwischenhoch um die Marke von 3.000 knapp 170 Punkten im S&P Die ist wichtig und da sind wir jetzt mit einem Schub sozusagen hier nach oben reingeschoben Jetzt ist es natürlich wichtig und interessant was passiert Wenn wir uns das Ganze mal im Kleinen anschauen Wir sind hier auf relativ hohem Niveau momentan Vielleicht wird es eine hohe Flagge Wir beobachten das Ganze Den DAX gucken wir uns gleich an, wie hier der Handel in Kürze losgehen kann Zuvor allerdings auf die Währungen Und da legen wir mal los mit dem Währungspaar Britisches Pfund, US-Dollar Ich hatte es im Blog bzw. im Research am Sonntag Hatte ich das Ganze ja schon erwähnt Was hier Interessantes aufgetaucht ist Aber ja, wir sehen es Manchmal werden Umkehrsignale halt nicht einfach so getriggert Das ist halt der Grund, weshalb ich in meinem Regelwerk da auch noch ein paar andere Sachen mit drin habe Wann ich hier ein Short-Signal traden darf oder nicht Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal rein die Verortung momentan im Währungspaar britischen Pfund japanischen Nieren anschauen Dann sehen wir, dass wir hier in aktueller Art und Weise verortet sind in einem Abwärtstrend nach unten laufen Das sieht man sehr sehr stark Was momentan ein bisschen, sage ich mal, tricky ist, ist folgende Situation Ich raffe das Bild mal kurz ein bisschen weiter zusammen Dass wir sozusagen im ganz ganz großen Bild, wenn wir uns das mal anschauen Hier diesen riesengroßen Abschlag nach unten hatten Hier zwei gigantische Abverkaufswochen Die das Währungspaar auf 1.14 runtergeprügelt haben sozusagen Und jetzt gibt es hier die Gegenbewegung Und da sehen wir in der Gegenbewegung auch so ein bisschen Man sieht es, hoffe ich, hier an diesen hinteren Einstellungen Ein bisschen hickhackt Also es geht hier nicht richtig nach oben Dann deutlich nach unten Dann ging es mit plötzlich Schub richtig doll nach oben In den Verkaufsbereich rein Jetzt haben wir hier ordentliche Abverkäufe auch wieder gesehen Und in der letzten Woche haben wir dann sozusagen den Antester nach oben gehabt Also eine extrem weit gelaufene Korrektur Das sehen wir hier in der letzten Woche Haben wir sozusagen fast alles rausgeholt Was in der Vorwoche nach unten ging Das ist so dieses typische Hin und Her Und hier in dieser Währung sind wir jetzt halt Wenn wir uns das mal so anschauen wollen An einer wichtigen Stelle verortet Und zwar genau oben an dem Trend hoch Also an dem Korrekturtrend hoch Hier gab es das Umkehrsignal Die Kerze habe ich mal quasi mit einem Kreuzchen markiert Und an diesem Punkt müssen wir einfach schauen Wie geht es hier denn jetzt weiter Und wir sehen hier an dieser Stelle Ein bisschen Versuch nach unten zu laufen Aber jetzt wieder die Umkehr nach oben Also es sieht so ein bisschen aus Wie erstmal etwas an Seitwärtslauf Den man hier hat Wichtig ist eins Wenn wir unter das Tief hier unten drunter laufen Also an das Freitagstief Das haben wir hier bei 1,24,380 Das wäre die Bestätigung Dass die Korrektur weiter Nein, dass die Korrektur zu Ende ist Und die Bewegung in Richtung des Trends Den wir hier auf Tagesbasis haben Also diesen rot markierten hier Weiter läuft Sollte das passieren Haben wir Anlaufpunkte natürlich da Im weiteren Bereich Das Trend tief hier unten Im Zwischenbereich Das sehen wir gleich Wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen Hier unten die Marke von 1,23,5,9 Das war ein Swing Low Hier in diesem Ritt nach oben Das wäre ein weiterer möglicher Anlaufpunkt Und das Ganze blicken wir mal ganz kurz Im 4 Stunden Chart an Damit wir sehen Was ich hier meine Und schaut es euch an Hier war sozusagen Der nach oben Schub Das war die Korrektur In diesem größeren Bild nach unten Das hier ist der Trend Den wir auf Tagesbasis sehen Also hier Wenn ich das mal einzeichnen darf Das hier ist der Trend Den wir auf Tagesbasis sehen Das ist jetzt die Korrektur des Ganzen Aber es läuft halt jetzt Nicht flüssig runter Wir sehen es hier an dieser Stelle Das war mal der Trendbruch des Ganzen Es ist aber noch nicht zur Bildung Eines sauberen Gegentrends gekommen Deswegen steht hier die Bestätigung Des Signals noch aus Und solange Wie wir nicht über dieses kleine Zwischenhoch Hier bei 1,25,3 laufen Ist dieses Szenario auch noch vorhanden Ja Dann kann der Markt durchaus rumdrehen Hier dann den Abwärtstrend machen Und dann die tieferen Level anlaufen Wie schon gesagt hier über dieses kleine Zwischentief Um die 1,23,59 Hin zum Trendtief bei 1,22,5 Die Tür ist weiterhin offen Nach unten So Spielt der Markt aber komplett das Gegenszenario Das heißt sehen wir hier eine Rausnahme Dieser Gesamtabwärtstynamik Also dieses Trends hier an dieser Stelle Das wäre dann wirklich der Punkt Dass wir hier oben auf dem Weg An dieses Zwischenhoch Beziehungsweise direkt hier an diesem Korrekturhoch Bei 1,25,4,3 keine Schwäche mehr sehen Sondern wirklich der Markt nach oben raus will Das wäre dann die Umkehr Die klassische Trendrausnahme Und dann können wir uns schön wieder Zur Oberseite orientieren Also hier wichtiger Drehpunkt in diesem Bereich Wenn wir uns nach oben orientieren Im größeren Bild sind natürlich die Anlaufpunkte Hier aus dem Trend des Tages zu sehen Das heißt hier die Swing Highs Also hier die Korrektur hoch sozusagen Um die 1,26,8,70 Beziehungsweise hier wäre dann das Trend hoch Am Punkt sozusagen bei 1,28,13 gewesen Das hier wie schon gesagt der Abwärtstrend Und hier wird es wichtig Was passiert an dieser Stelle Wer das Ganze im Kleinen noch anbetrachten möchte Hier sind mögliche Anlaufpunkte Ich mache es mal ganz kurz Wenn wir den höhere Zeitraum rausnehmen Also hier diese Level die wir hier haben Das sind durchaus Drehpunkte Wo noch ein bisschen was reinkommen könnte Die sind noch nicht abverkauft Oder abgekauft hier vom Markt Die liegen sozusagen auch noch offen mit drinnen Die kann man als Zwischenplanung Definitiv auch auf der Uhr haben Aber erstmal müssen wir wirklich sehen Was passiert denn hier oben Laufen wir wirklich drüber Dann wird das Long-Szenario opportun Solange wie das nicht passiert Haben wir hier nichts Auf der Long-Seite Sondern dann ist die Signallage Eher nach unten gegangen Oder aber Es schwankt ein bisschen Es bildet sich eine klassische Trading-Range raus Zwischen dem Tief und dem Hoch Das muss man dann sehen Aber in beiden Fällen Egal ob man jetzt das Long-Szenario hat Das Range-Szenario Hier oben diese Ecke Die ist extrem wichtig Für die Entscheidung Wie es weiter geht Hier mit Blick in den britischen Fund Im 4-Stunden-Chart Für diejenigen Die es im kleineren traden wollen Da gehe ich mal ganz kurz Hier noch in die 5 Minuten rein Ich nehme mal kurz den Lower-Time-Frame raus Hier den brauchen wir jetzt nicht Und raff das Ganze mal etwas zusammen Weil wir sehen hier Die Stunde läuft schon schön nach oben Ja und hier sehen wir Wie der Markt nach oben schwingt Das heißt wir haben hier in 15 Minuten Die Aufwärtsrichtung da Und solange sozusagen Dieser Aufwärtstrend auch weiter geht Ist hier alles in Ordnung Hier der letzte Schub sozusagen Die Aufwärtsrichtung ist weiter da Potenzialpunkte wie schon gesagt Nach oben hin sind auch da Hier haben wir so ein kleines Spike-High noch mit drinnen Die Zielrichtung geben können Das Ganze sieht also so aus Als wenn wir schön den Fortlauf haben Und erst wenn wir tatsächlich Unten drunter brechen sollten Haben wir hier die Möglichkeit Die Unterseite kurzfristig ein bisschen zu bespielen Und die Trend sage ich mal Drehtrigger Also das wären dann die kleinen Swinglows hier Um die 1,24,7,6 Dann haben wir hier einen Bereich Um die 1,24,6 Diese Marker können wir gut und gerne Zur Planung nach unten nehmen Für das kurzfristige Trading Das also der Blick in britisches Fund Also das Cable Britisches Fund US-Dollar Und damit gehen wir zur zweiten Währung Und das ist Austral-Dollar Japanischer Yen an dieser Stelle Hier sehr sehr interessant Also ich freue mich für all die Trader Die es auch geschafft haben Die Order mittlerweile dort auch im Markt zu platzieren Das Long-Szenario zu spielen Wir sehen es an dieser Stelle Austral-Dollar Japanischer Yen läuft schön nach oben Und hier im Gesamtbild zu sehen Sehen wir Wir haben hier den Aufwärtstrend nach oben da Jetzt muss ich nochmal kurz klein machen Und der Aufwärtstrend hat an einer interessanten Stelle Erstmal die Kehrtwende gemacht Nämlich direkt hier oben in diesem Verkaufsbereich Wir sehen es Wenn ich diese Linie mal noch ein bisschen weiter rüber ziehe Also das Level hier oben Wo wir kurz drüber gelaufen sind Das war schon ein sehr sehr wichtiger Kaufbereich Da sind wir drüber gegangen Jetzt in die Korrektur gekommen Und jetzt sehen wir Der Markt hat hier im Zwischenbereich Bei 72,65 Das Tief gefunden Und hat hier so ein Kontraktionsmuster gemacht Dieses Kontraktionsmuster sehen wir sehr sehr schön In den kleineren Zeiteinheiten Wartet mal Ich nehme mal kurz die Linie hier raus In den kleineren Zeiteinheiten Da sehen wir nämlich wie der Markt hier das immer flacher gemacht hat Und hier oben sehen wir jetzt die finale Kontraktion Wo wir schön dieses Dreieck haben Und da kam tatsächlich heute nach der Ausbruch Jetzt stehen wir hier oben am Trend hoch Und für all diejenigen die hier noch nicht dabei sind Das ist kein Beinbruch Warum ist das kein Beinbruch? Wir sind den Lauf jetzt gegangen Wenn jetzt eine Korrektur kommt Hier um diesen Bereich drum rum Oder aber es geht ein bisschen tiefer in die Korrektur Möglicherweise hier auch in diesen wichtigen Kaufbereich rein Um die 74,70 Das ist interessant Weil wenn da die Umkehr kommt Können wir hier den nächsten Ruck nehmen Ja das wäre dann also Sag ich mal Ich hätte jetzt gesagt The proof of the pudding Nein Der Spruch gehört jemandem anders Wichtig ist hier dieses Ausbruchstevel Wenn wir hier plötzlich wieder Käufe reinbekommen Ja wenn eine Korrektur tatsächlich da unten reinlaufen sollte Dann haben wir gut die Chance Direkt dann rumzutreten Und nach oben weiterzulaufen Also diesen schönen Trend der hier nach oben gelaufen ist Den schön wieder mitzunehmen Und wir sehen ja auch wie schön der hier rauf schwingt Markante steigende Hochpunkte Markante steigende Tiefpunkte Das ist sehr sehr interessant Und solange wie dieses Fahrwasser intakt bleibt Haben wir hier gute Chancen oben rein zu laufen Wo sind Anlaufmarker die wir hier sehen Schaut mal hier irgendwo in dem Bereich 75,4 55,6 Also hier in diesem Drehbereich Das wäre mal der nächste Anlaufmarker Nach oben zur Oberseite hin Und dann können wir uns hier im kleinen Bereich gerne auch noch Wenn es weiter geht an diesem Swing High hier Um die Marke von 76, knapp 30 orientieren Bevor wir dann hier oben am Trend hoch bei 76,75 stehen Das hier im kleinen Bild in der Stunde Und wenn ich das Ganze jetzt mal noch auf Tagesbasis umschalte Dann sehen wir wie viel Luft nach oben ist Da ist viel viel Platz Und wenn dieser Bereich hier oben tatsächlich dann auch noch rausgenommen wird Dann haben wir mittelfristig sogar Luft oben rein Bis hier Ich habe es mal markiert Um die 78 Japanische Yen Die wir hier durchaus auf der Uhr haben Also hier oben dieser Bereich Den kann man auch noch etwas breiter fassen Schaut hier Also dieses Level Da ist einiges an Luft oben drinnen Und diese Luft können wir durchaus für die Longseite nutzen Longseite haben wir also hier sehr sehr schön drinnen Und wie ich schon gesagt Wenn es tatsächlich eine Gegenbewegung geben sollte Ist ja nicht unwahrscheinlich Dass man nach so einem Schub nach oben auch mal ein Durchatmen bekommt Dann orientieren wir uns im Bereich der Korrektur Im Kurzfristbereich auf dieser Level Also auf dieser Strecke zwischen dem Ausbruchsbereich Bei 74,70 bis dahin wo wir jetzt stehen Geht es in die tiefere Korrektur hinein Dann kann man jetzt hier im Stundentrend natürlich auch schon interessante Marker sehen Im größeren Bereich wäre mal das erste wichtige Schwunglevel Hier auf diesen Trend bezogen Den wir hier nach oben laufen haben Das Low unten um die Marke von 73,9 Im untergeordneten Bereich selbstverständlich noch ein paar andere Anlaufpunkte Da hätten wir hier dieses Level Als dieser schöne Spike Oder diese schöne Movebewegung nach oben begonnen hat Das ist ungefähr die 74,42 Und dann haben wir hier noch den Anlaufpunkt Den Drehbereich Als wir hier so ein bisschen gesprungen sind Um die 74,30,33 hier in diesem Bereich Das sind Level Die wir durchaus zur Unterseite haben Beziehungsweise hier innerhalb dieser ganzen Seitwärtsphase hier oben Also in diesem Range Bereich Im größeren Bilde auch noch das Ausbruchslevel Um die 74, äh, um die 74 Knapp 67 japanische Yen Diese Marker Die sehen wir also zur Unterseite Sollte es hier ein Durchatmen geben Für diejenigen, die diese starke Fahnenstange interessiert Und schauen wollen oder sagen sich Okay, wie geht es hier weiter Wie kann es durchgehen Wann sehen wir, wann die Korrektur anfängt Die 15 Minuten sind beispielsweise ein schöner Anhaltspunkt Hier sieht man sozusagen den trendigen Auflauf Dieser deutlichen starken Aufwärtsbewegung Und wenn dieser kleine Trend gebrochen wird Dann sehen wir, die Korrektur fängt an Und dann haben wir einen Marker dafür Ansonsten, solange wie das gesund weiterläuft Können wir weiter uns nach oben orientieren Wir haben ja auch noch Punkte im Markt Da muss ich nur mal in die Stunde zurückgehen Dass wir es sehen, das heißt hier dieses Level Haben wir ja rausgenommen Das nächste sozusagen Anlauflevel Wäre wirklich dieser Bereich hier oben Den ich markiert hatte Also hier haben wir ja das Hoch Dieser kleine Drehbereich da oben Um die Marke von 75, 40 bis 75, 60 oben rein In etwa dieser Bereich ist durchaus relevant Als nächster Zielpunkt Das ist dann sehr, sehr schön zu sehen Luft nach oben ist da Wenn es eine Korrektur gibt Sehen wir es auch relativ zeitnah Also von der Seite her ist es sehr, sehr interessant Hier im Austral-Dollar-Japanischen Yen Das Ganze kann man übrigens auch noch in anderen Währungen sehen Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen Also ähnliche Währungen hier Zum Beispiel im Euro-Japanischen Yen Wenn wir uns das mal anschauen wollen Da sehen wir das gleiche Bild hier Schön der Ausbruch über ein wichtiges Level Jetzt geht der Markt hier Stück für Stück nach oben Punkt der Anlaufmarke haben wir auch noch da Wir sehen es hier oben Die 122,12 Beziehungsweise hier dieser Drehbereich Um die 122,370 Hat man hier in diesem Bereich Oder wenn man sich mal das Währungspaar anschauen möchte Hier mal kurz gucken Ob ich es da habe Neuseeland-Dollar-Japanischer Yen Ähnliches Bild Schon ein bisschen weiter gelaufen hier Rausgenommen das Level um die 69,95 Hier ist jetzt natürlich schon der Move nach oben Deutlich weiter am Laufen Aber auch da sehen wir noch Potenziale zur Oberseite hin Wenn wir uns das mal eben kurz anschauen wollen Hier der Weg oben rein in die 71,75 Der ist definitiv da Und den kann man durchaus auch anplanen Und dieser Bereich oben auch da Und hier sehen wir wie schön sich der Markt hier trendförmig nach oben schlängelt Da ist alles intakt Also heute geht es hier bei den japanischen Währungen steil nach oben Und das Ganze kann man doch durchaus zum Trading nutzen So dann schauen wir mal noch zu den Edelmetallen Da habe ich heute Gold auf der Uhr Gold probt nämlich gerade den Ausbruch aus der Bären Nein, aus der bullischen Flagge Wir sehen es, ich habe es vorhin in der Überschrift im Titel auch genannt Gold liegt hier auf der Uhr Gold spielt momentan auch die Long-Richtung, die die Indizes auch spielen Und hier haben wir möglicherweise schön den Ausbruch aus der Flagge vor uns hier am Laufen Wir sehen es hier an diesem Punkt, an dieser Stelle, wenn man es mal reinnehmen möchte Hier, das verschiebt sich immer so ein bisschen hier Der Ausbruch wurde getestet und der Ausbruch wird jetzt quasi vollzogen, wenn wir weiter hier oben drüber laufen Ja, also bitte eins nicht verpassen oder vergessen Diese Flagge, die wir hier sehen, sehen wir momentan im Stundenchart Das Bild auf Tagesbasis sieht so aus Wir sind hier in einer weiten Bewegung oder in einer ordentlichen Bewegung reingelaufen Haben bei 1789 Dollar das Jahres hochgeschrieben Das ist dann sozusagen jetzt die Korrektur, die wir hier sehen Und wenn wir das Ganze nochmal in der Stunde betrachten, da sehen wir es Wir kommen oben raus, ja Die Stunde gibt den Takt vor Wir haben definitiv die Korrektur beendet Das hier ist die Korrektur, das Korrekturszenario, hier sind wir runtergelaufen Bewegung, Korrektur, hier oben ein bisschen hässlich Dann nochmal ein kleines Zwischentief und dann ist der Markt nach oben gehauen Und wenn wir hier oben drüber laufen, über die 1779,50 Ja, dann haben wir schön auch wieder den Trend in der Stunde da Und wie gesagt, der Ausbruch läuft hier Das sehen wir in hervorragender Manier Wenn wir das so sehen, von unten her sind wir jetzt in einem kleinen Trend drüber gelaufen Jetzt wird es halt wichtig, dass das konsolidiert hier oben drüber Und wir dann die Chance nach oben sehen Das heißt jetzt nicht gleich wieder den Abverkauf nach unten sehen Sondern wirklich die Konsolidierung über diesem Level Um das Ganze dann schön zur Oberseite hinweg zu schrauben Das ist also sozusagen jetzt mal der Blick in das Gold Und damit, ja, möchte ich an diesem Punkt nochmal kurz beim Gold etwas näher zusammenraffen Was noch an Zielmarken da ist Wie ich schon gesagt, das ist mal sozusagen die korrektive Phase hier Im, sag ich mal, in 5 Minuten Chart Beziehungsweise bezogen auf die Stunde Wenn man das mal so hat Und wenn man sich die Stunde mal näher anschaut Sollten wir hier tatsächlich auch die Bullen weiter am Takt haben Und diesen ehemaligen Verkaufsbereich tatsächlich rausnehmen Dann können wir hier, ich mach mal kurz den höheren Zeitrahmen weg Auch gleich noch sehen, wo der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite ist Wenn wir es tatsächlich wegbubben Da hätten wir nämlich hier oben dieses kleine Spike hoch Was wir hier drüben sehen Um die Marke von 1784 Das wäre dann der nächste Zielbereich Auf dem Weg zum aktuellen Trenntuch Also da ist viel, viel, viel Luft drinnen Und ordentlich was, was zur Oberseite gehen kann Abreißszenarien muss man ja auch mal so ein bisschen auf der Uhr haben Wenn wir das Ganze sehen sollten Na ja gut, dann müssen wir uns orientieren Wenn es nach unten geht Wo Drehszenarien auch ins Spiel kommen könnten Wenn wir hier den Weg nach unten sehen Das Zwischentief bei 1770 Dollar wäre mal der erste Anlaufpunkt zur Unterseite hin Das Ganze hier zu sehen Wer das Ganze in ganz Kleinen sehen möchte Der kann sich auch noch hier orientieren An diesem kleinen Tief Als die 5 Minuten ordentlich hochgelaufen sind Das ist hier die Marke von 1771 In etwa die Marke, die wir hier unten drunter haben Falls wir doch nach unten kommen sollten Das wird sich allerdings zeigen Wir sehen es hier Die Stunde ist jetzt gewechselt Jetzt ist es also in die nächste Stunde gelaufen Und wenn wir tatsächlich ein bisschen Korrektur sehen sollten Wäre das eine Möglichkeit Hier nochmal im Test ranzukommen Und dann genau zu sehen Was der Markt hier unten macht Also das sieht man schön in den 5 Minuten Hier sind wir jetzt nicht über dieses kleine Zwischenhoch Da oben drüber gekommen Also hier an diesem Spike hoch Da geht der Markt momentan runter Und wenn wir jetzt hier einen kleinen Abwärtstrend bekommen In den 5 Minuten Das wäre dann die korrektive Phase Und da wird es dann wirklich interessant Wo es hingeht Wir testen dann die Linie hier unten Diese Abwärtstrendlinie Als wir aus der Korrektur nach oben rausgekommen sind Wenn hier direkt schon wieder Käufer reinkommen Klar, warum nicht Dann das Ganze direkt wieder aufkaufen Und ansonsten wie ich schon gesagt Die Anlaufbereiche hier unten Habe ich es ja genannt Statt hier der Initialzündung nach oben hin In diesem Bereich hier bei 1771 Zähler Dann hätten wir hier noch das Ausbruchslevel Das letzte hier Ist erst so ein bisschen spiky reingelaufen Aber das ist hier mal so der Bereich 1773 Und dann haben wir noch im größeren Rahmen hier Den Drehpunkt Als wir hier den etwas größeren Aufwärtstrend gebildet haben Hier dieses Level Um die Marke von 1774 US-Dollar Also da ist eine Menge Menge da Was wir zur Planung und als Anlaufpunkte nutzen können Wird nicht langweilig Auch im Gold So und mit Thema nicht langweilig Gucken wir jetzt mal ganz kurz noch In den DAX rein Hatte ich ja gesagt In der Voranrede hier zu dem Ganzen Dass wir uns den deutschen Light Index mal anschauen Die Amis nehme ich jetzt mal noch nicht rein Da warten wir mal ab Bis die heute Nachmittag aus dem Wochenende zurückkommen Aber im DAX sehen wir halt Wo die Richtung momentan hingeht Also alle positiven Nachrichten werden momentan gekauft Und jetzt sind wir halt hier Wieder trendig nach oben Ich mache mal ganz kurz die ganzen Linien hier raus Kurz einen Augenblick So Machen wir hier mal ein bisschen Aufräumarbeiten Hier zum Montag Morgen Zack so Jetzt sehen wir Was wir meinen Und was jetzt wirklich interessant wird Ist hier dieser Aufschwung Den wir sehen Also zeichne ich mal das Ganze kurz ein Also hier Bewegung Korrektur Und dann wieder eine Bewegung Und das ist jetzt der Aufwärtstrend Der da ist Also das was ich hier blau markiert habe Stimmt natürlich nicht ganz Also bitte nicht jetzt auf die Goldwaage legen Aber hier der Schub nach oben ist jetzt da Also wir trenden nach oben Wir haben steigende Hochs Wir haben steigende Tiefs Und hier wird es interessant Der Verkaufsbereich hier oben bei 12.930 Punkte Wenn der rausgenommen wird Halleluja Dann ist Luft Bis zum Allzeithoch Hier ist nichts dazwischen Was großartig auffällt Im großen Punkte Im kleinen muss man natürlich schauen Hier wurde ein Gap gerissen Hier oben Das ist ein wichtiger Bereich 13.540 Beziehungsweise hier Die Marke um die 13.424 Dann haben wir hier Diesen kleinen Trend Nach oben laufen Hier oben hat man die Umkehrformation Die hatten wir ja im S&P 500 Auch besprochen Das wird interessant zu sehen Was hier passiert Da sind Anlaufpunkte da Der DAX kann sich schön Zur Oberseite hin orientieren Für die kurzfristigen Trader Die sich den DAX jetzt sozusagen Im heutigen Handelsverlauf Auch anschauen wollen Da haben wir natürlich auch Sehr sehr wichtige Marker drinnen liegen Ich nehme die mal ganz kurz runter hier Das wäre zum einen mal hier Das Freitagshoch Hier diese Marke Da sind wir jetzt drüber gelaufen Wenn wir hier einen Rücksetzer sehen Das Ausbruchslevel testen Und dann direkt die Stärke reinbekommen Wäre das ein sehr sehr schönes Zeichen Dass der Markt wirklich nach oben möchte Der nächste Punkt der wichtig ist Ist hier oben Dieses Hoch Wartet mal Ich mache mal kurz diese Hochlinie In einer blauen Farbe Das kann man besser erkennen Das hier ist der wichtigste Drehpunkt Hier oben Der Anlaufpunkt Ist äußerst wichtig Das heißt wenn wir hier Direkt auch übers Tageshoch drüber gehen In Richtung Oder beziehungsweise An dieses Zwischenhoch Hier bei 13.000 Nein bei 12.932 Zählern Da oben Ist es ganz ganz wichtig Zu schauen Was passiert Wenn wir dort nämlich Plötzlich stärker reinkommen Das befeuert Die Long Szenarien Zur Oberseite Und da könnte ordentlich Dynamik reinkommen Weil wir haben es ja gesehen Beim letzten Mal Lagen da oben Ordentlich Verkauforders Und wenn dort noch Absicherungsorders liegen Von Tradern Die sich eindecken müssen Dann könnte ordentlich Power reinkommen Der Punkt wo wir momentan verharren Ist auch ein sehr sehr interessanter Schaut mal hier Da haben wir das kleine Korrektive Zwischenhoch Rausgenommen Und da verharren wir jetzt so ein bisschen Auf einem etwas höheren Niveau Und wie schon gesagt Hier ist es wirklich Wenn wir über das Tageshoch Drüber schieben Dann wird es interessant Was passiert Bei 12.932 Das ist das Hochpunkt hier Im kleinsten Bereich Wenn man sich das Ganze Mal noch anschauen möchte Haben wir hier noch Ein wichtiges Level Und zwar hier Dieses Level Als sich dieser kleine Trend Hier oben gebildet hat Also als diese initiale Umkehr Sozusagen das Abreißszenario Von oben kam Das ist der Bereich Um die 12.837 Das hier an dieser Stelle Das ist interessant Also wie schon gesagt Eine sehr sehr schöne Verortung Hier oben in diesem Bereich Wir haben durchaus deutlich Bullische Chancen Zur Oberseite Sollte es einen Rücksetzer geben Wie schon gesagt Hier der Ausbruchsbereich Hier da ist also sozusagen Der Schub nach oben Heute gekommen Ein kleines Stückchen Unten drunter Haben wir hier noch Sozusagen Als wir dieses größere Bild Rausgenommen Also als wir im größeren Bild Hier die Trendentstehung Gesehen haben Hier um die 12.000 618 Zähler Das war ein wichtiger Wichtiger Marker Den wir hier haben Und das könnte man Zur Oberseite her Sehr sehr gut Von oben nach unten Als Drehpunkt Für die Longseite Nutzen So Weitere Fragen Sehe ich jetzt An dieser Stelle nicht Das heißt Da sage ich Ganz lieben Dank Für das Zuschauen Sorry an all diejenigen Die heute nicht über Zoom Dabei sein konnten Und das Video Im Nachgang schauen Ich denke morgen Wird das alles funktionieren Wir machen nachher Gleich nochmal einen Techniktest Und dann geht das Ganze weiter Also ich freue mich drauf Danke fürs Zuschauen Alle einen guten Start In den Handel Eine tolle erfolgreiche Handelswoche voraus Und bis morgen früh Um 8.30 Uhr Zur Live-Besprechung Der Handelstil In dem Blog-Eintrag Den gibt es natürlich Wieder vorher Ich freue mich drauf Und bis dahin Tschüss und danke Ich freue mich drauf Ich freue mich drauf Ich freue mich drauf